Hallihallo meine lieben Fräuleinchen zu einem neuen Foto von mir. Ich war gerade eben wieder bei Lidl und habe unseren Wocheneinkauf gemacht, der diese Woche wirklich auch sehr günstig ausgefallen ist. Und natürlich zeige ich euch wie immer, was alles mir dufte und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ansehen. So, wir starten direkt mit unserem Wochenplan. Und übrigens habe ich diese Woche nur 54 Euro bei Lidl ausgegeben, habe aber trotzdem drei volle Körbe voll. Ich glaube, das war richtig gut. Und ja, legen wir los mit dem Wochenplan. Bei uns gibt es heute Sandwiches, denn ich habe heute mal wieder so ein kleines Zeitproblem, weil ich einen Impftermin habe. Also ich bekomme heute die zweite Corona-Schutzimpfung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und halte euch natürlich wieder auf dem Laufenden, falls ich Nebenwirkungen oder sonstiges haben sollte. So, dann gibt es bei uns einen Bauerntopf, den wollte der Janis. Dann gibt es einen Nudelauflauf. Dann haben wir noch Spaghetti von letzter Woche auf dem Plan. Und ebenfalls von letzter Woche haben wir noch Schupfnudeln mit Apfelmus, denn wir hatten am Wochenende was anderes gekocht, wie eigentlich vorgesehen war. Das zeige ich euch übermorgen im Video. Denn ganz viele von euch hatten mich gefragt, ob ich denn nicht auch mal der Einkauf zeigen kann, zum Wochenende hin, was wir da immer so holen. Und da habe ich euch jetzt tatsächlich mal mitgenommen. Also wird so eine Mischung aus einem Food Haul, der schon auch ein bisschen größer ausgefallen ist, und einem Food Diary. Genau, richtig. Dürft ihr euch drauf freuen. Dann habe ich noch Hot Dogs, genau, gewünscht von der Selin. Und dann werden wir einmal noch beim Italiener bestellen. Denn jetzt diese Woche habe ich wieder eine lange Arbeitswoche, und der Christian ist überwiegend fürs Essen zuständig. Und ich will ihn ja jetzt echt nicht überfordern. Genau. Legen wir los mit den Kühlprodukten, wie immer. Ich habe mitgenommen einmal Oster-Nuggets für die Sophie, weil die ist momentan ein ganz schlechter Esser, was bei ihr eigentlich immer geht. Das sind Nuggets. Oft, wenn wir die alle essen, mache ich die selbst. Aber jetzt habe ich einfach für zwischendurch mal so ein Päckchen geholt. Da sind 20 Stück drin. Und die sehen aus wie so kleine Osterhäschen. Jawohl. Dann habe ich einmal Vanille-Eis geholt von Langnese, meine ich, ist es genau. Und das ist diese Woche bei Lidl im Angebot. Habe ich nämlich eh gebraucht, weil der Jannis will sich unbedingt mal wieder Bananen-Milchshakes machen. Und da kommt immer so ein bisschen Vanille-Eis mit rein. Dann habe ich noch mehr Angebote gekauft. Und zwar war der Joghurt mit der Ecke, oder wie wir immer sagen, der Perlchenjoghurt war im Angebot. Und da habe ich mitgenommen Joghurt mit der Ecke Tom & Cherry Zaubersterne zweimal. Und zweimal das Gleiche, nur mit bunten Schokobällen. Yes. Dann habe ich noch zweimal die ganz normale Variante, also mit den Schokoballs-Joghurt mit Vanille-Geschmack und Schokoballs. Yes. Dürfte auch zweimal mit. Für mich habe ich dann auch noch was mitgenommen. Und zwar von Zot war ebenfalls im Angebot diese Woche. Der Sahnejoghurt mit Mascarpone. Da habe ich jetzt zweimal Erdbeer-Vanille. Der schmeckt echt super, super lecker. So, dann zum Kochen durfte einmal mit Kräuterschmelzkäse. Den brauche ich für den Nudelauflauf. Dann natürlich wie immer der obligatorische Latte Macchiato. Warum habe ich eigentlich schon wieder Latte Macchiato? Ich wollte doch eigentlich Cappuccino. Das werde die übermorgen Food Haul aussehen. Das ist mir nämlich auch passiert. Wollte ich auch Cappuccino und habe Latte Macchiato gekauft. Naja, so ist es halt. So, dann habe ich irgendwie immer bei Ligl mitgenommen. Creme Mosano ist ja so der billig verschnitt, sage ich immer, von Rama Creme Fien. Habe ich dreimal geholt zum Kochen. Dann habe ich einmal Schmand. Den brauche ich ja für den Bauerntopf. Dann einmal Butter, jawohl. Und insgesamt dürften dreimal Mozzarella mit. Ich mache meistens einen so einen Mozzarella-Klotz. Den schneide ich klein. Und mache den in die normale Tomatensoße zu den Spaghetti. Das schmeckt dann richtig lecker. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und genau, habe ich jetzt dreimal geholt. Denn ich wollte das ja letzte Woche machen. Dann hat sich Celine über die Mozzarella hergemacht, was sie schon lange nimmer gemacht hat. Und deshalb habe ich jetzt Nachschub gekauft, damit ich auf jeden Fall was für meine Tomatensoße habe. Dann war im Angebot Philadelphia für 75 Cent. Das ist echt günstig. Da habe ich einmal mit Kräutern einmal das Original mitgenommen. Dann dürfte wieder mit Butterkäse. Ganz wichtig für auf die Sandwiches. Denn ich schneide das Baguette auf. Dann wird es mit Käse belegt. Und kommt kurz in den Backofen, bis der Käse so angeschmolzen ist. Und das Baguette ist dann auch richtig knusprig. Kann ich euch sehr empfehlen. Schmeckt viel leckerer, wie einfach nur den Käse aufs Brot zu legen. Dann habe ich einmal BB Bell mitgenommen. Denn durch die Lidl Plus App war der günstiger. Ich glaube 23 Prozent, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Dann habe ich 10 Eier wieder mitgenommen. Einen Karton. Und einmal wieder bunte Eier. Und dann habe ich auch noch mal die Eier mitgenommen. Und dann will Sophie immer zu ihrem Sandwich dazu haben. So, das war schon Körbchen Nummer 1 von den Kühlprodukten. Also ihr seht, das ist nicht ganz so viel diese Woche. Aber für 54 Euro darf man ja jetzt auch nicht 10 Körbchen voll erwarten. So, mitgenommen habe ich noch einen Kopfsalat. Genau. Dann einmal Tulpen. Und ich hatte echt Glück, als ich bei Lidl rein bin. Die stehen bei uns ganz am Anfang. Gab es nicht ein Tülpchen. Und als ich dann fertig war, habe ich nochmal geguckt. Und dann waren sie aufgefüllt. Zum Glück. Und da habe ich einmal mitgenommen. Wie ihr seht, es gab sie nicht in rosa. Sonst hätte ich die natürlich gekauft. Ist ja ganz klar. Und guckt mal, die von letzter Woche. Die gehen eigentlich noch. Die lassen mir jetzt zwar langsam den Kopf hängen. Aber sie gehen noch. Es wird besser. So, dann habe ich mitgenommen einmal Möhren. Kommen in den Bauerntropfen. Ansonsten mache ich nochmal einen Karottensalat. Und esse wir eigentlich auch immer ganz gerne. Oder wir dippen die Karotten mit ein bisschen Frischkäse. Dann habe ich Bananen mitgenommen für den Milkshake von Janis. Und Sophie isst endlich wieder Bananen. Halleluja. Dann habe ich mitgenommen Spitzpaprika heißt es. Weil irgendwie gab es nichts anderes heute. Es gab auch nicht die lose Paprika, die ich in letzter Zeit bei Lidl immer geholt habe. Es gab wirklich nur Spitzpaprika. Für den Bauerntopf ist das aber auch okay. Da geht das absolut klar. Ja, dann habe ich mitgenommen, oh jetzt fällt es schon runter, ein Netz Kartoffeln und ein Netz Äpfel. Yes. So. Dann durften noch mit Tomaten. Da habe ich, ich weiß gar nicht wie viel, sind sechs Stück. Die kommen ja heute bei uns auf die Sandwiches drauf. Und ansonsten isst der Janis die immer ganz gerne, wenn die in Spalten geschnitten sind, mit ein bisschen Kräutersalz. Jawohl. So. Ebenfalls für den Janis habe ich dann auch zwei Kiwis gekauft. Der isst die total gerne momentan. Und zwei Salatgürkchen. So. Nächstes Körbchen ist schon leer. Also das geht hier ruckzuck heute. Ist ganz gut, weil dann kann ich das noch ganz schnell schneiden. Bevor ich dann später zum Impfen muss. Also ich habe jetzt heute Nachmittag Termin. Aber ich habe halt so ein paar Sachen auch noch zu erledigen. Und die Schwiegermama kommt und passt auf die Sophie auf. Weil der Christian, der ist nämlich heute auch das erste Mal seit, ich weiß nicht wie lang, seit Oktober ist der heute wieder im Büro. Das heißt, der fällt jetzt weg, um mittags mal die Sophie von der Kita oder so zu holen. Also das mache jetzt alles wieder ich. Und deshalb mussten wir jetzt gucken, weil der Christian hat nach der Arbeit zwei Termine sogar heute. Und keiner von uns konnte seinen Termin verschieben. Und jetzt muss die arme Schwiegermutter extra kommen. Ging aber heute halt leider nicht anders. Wie genau. So. Dann habe ich insgesamt drei Baguette-Brote geholt, weil die Schwiegermama ja auch mit isst. Und da habe ich lieber mal eins mehr geholt. Wenn nicht, mache ich Paniermehl draus. Geht ja auch ganz gut hier in der Lidl Küchenmaschine. Jetzt habe ich, wie gesagt, drei Stück. War mit dem Angebot für 59 Cent. Dann durften wieder zwei Pakete Dinkeltoast mit, was ich ja jetzt Sophie echt ganz gut untergejubelt habe. Dann habe ich vier Hotdog-Brötchen. Nee, also nicht vier, zweimal vier Stück. Jawohl, ja. Dann ein Käppchen Nudeln. Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe euch ja im Vlog von vorgestern, den ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich euch ja erzählt, dass ich mir die Schilddrüse untersuchen lasse. Da wollte ich euch ja noch informieren. Und zwar waren meine Blutwerte alles gut. Auch nichts mit der Schilddrüse, obwohl ich hätte schwören können. Der Hausarzt weiß nicht, an was es liegt. Also er hat keinen Plan. Er hat gesagt, es war alles in Ordnung. Es ist alles super. Ich soll einfach nur mal ein paar Gänge runterfahren. Der Mann Blutdruck, der war schon gut erhöht. Also das liegt einfach daran, weil ich bin so ein Mensch. Ich bin den ganzen Tag unter Strom. Ich kann es einfach nicht lassen. Viele von euch wissen es ja vielleicht noch. Ich hatte damals Depressionen und fing dann an, mich selbst zu therapieren, weil ich einfach keinen Psychologe gefunden hatte, der einen Patienten annimmt. Und genau, meine Therapie lautete dann so. Ich habe den ganzen Tag geguckt, dass ich irgendwie in Bewegung drin bleibe. Das hat mir super gut geholfen. Das war echt gut. Nur das Problem ist, jetzt habe ich halt auch noch zusätzlich den Job. Und jetzt muss ich einfach ein bisschen Gang runterfahren. Und da jetzt rauszukommen aus dieser Misere, ist jetzt verdammt schwer. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was im Haushalt abgegeben, was der Christian jetzt übernommen hat. Ich habe Instagram erstmal, also fürs Erste, ich werde das nicht beenden bei Instagram, aber ich habe das jetzt einfach mal komplett zurückgefahren. Und habe jetzt ehrlich gesagt auch die App vor meinem Handy geschmissen. Weil ich gesagt habe, ich bekomme im Moment so ultra viele Nachrichten, auch viele Sprachnachrichten. Ich kann das gerade im Moment nicht bewältigen, weil ich irgendwie gucken muss, dass ich echt lieber zwei Gänge als einen Gang runterfahre. Und habe trotzdem so ultra viele Nachrichten bekommen. Und dann habe ich irgendwann die App einfach mal vom Handy geschmissen. Einfach, um halt ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt dadurch, dass ich angefangen habe zu arbeiten und eh schon den ganzen Tag am Husseln bin, dass es einfach zu viel auf einmal war. Und irgendwas musste ich jetzt halt erstmal machen, um runterzufahren. Und das war jetzt erstmal Instagram. Und ja, man muss einfach gucken, dass ich so ein bisschen zur Ruhe komme. Aber die Situation hat was Gutes. Der Christian ist tatsächlich am Überlegen, ob er nicht ab sofort vielleicht doch so mir ein, zwei, drei Videos im Monat abnimmt, die er produziert. So Papa Vlogs oder irgendwas. Also ihm schwirrt schon ein bisschen was im Kopf rum. Vielleicht kriegen wir ihn ja dazu. Ich weiß ja nicht. Schau mal auf jeden Fall mal. Das würde mir auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, wenn der Christian so ein paar Videos im Monat macht. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ihn dazu. Kommentiert es doch gerne mal, wenn ihr wollt, dass er das macht. Und dann kann ich es ihm nämlich zeigen. Jawohl. So, weiter geht's. Das habe ich wohl lang ausgeschweift. Es tut mir leid. Aber ich habe ja gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. So, drei Pakete Milch habe ich gekauft. Nee, eigentlich nicht. Es sind sechs Paar. Ich zeige euch nur meistens nicht immer alle. Dann habe ich zwei Tomatenmark geholt und zwei Pakete Spaghetti. So, dann war noch was im Angebot. Also ihr seht, ich habe sehr viel nach Angeboten diese Woche gekauft. Und zwar Katjes. Die Celine ist die total gerne. Und da habe ich jetzt einmal die Grünohrhasen mitgenommen und einmal Wunderland, die Pink Edition mit diesem Einwand drauf. Genau. Für Celinechen. 45 Cent habe ich das jetzt gesagt. Das weiß ich gar nicht mehr. Dann habe ich einmal Roast Zwiebeln gekauft. Ich weiß, die kann man auch selbst machen. Manchmal mache ich das tatsächlich auch. Jetzt habe ich halt die genommen. Genau. Weil ich bin ja eh nicht da, wenn es die gibt. Ja, genau. So, dann noch eine Dose gestückelte Tomaten. Brauche ich ebenfalls für den Bauerntopf. Und dann habe ich noch ein Paket Mehl mitgenommen. Und tatsächlich war es das jetzt schon. Jawohl. Unser kleiner, aber feiner Wocheneinkauf. Und wie gesagt, übermorgen seht ihr dann mal, was wir so fürs Wochenende nochmal einkaufen. Da war auch so ein bisschen was vom Metzger dabei, weil er sich auch ein paar gewünscht hatten. Zeige ich euch alles. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ansonsten freue ich mich über euer Däumchen nach oben. Und über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und vor allem freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, dass der Christian ein paar Videos übernehmen sollte. Das wäre, glaube ich, echt eine richtig coole Sache. Und in diesem Sinne, meine Lieben, sehen wir uns dann einfach morgen, nee, übermorgen zum neuen Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.